Und Leute, willkommen im nächsten Part. Zeit läuft wieder. Jetzt bin ich dabei, die Kupplungsschreibe zu wechseln. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht in die richtige Richtung gehe, ich weiß, dass ich hier irgendwie auch am Motor sitzt. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, muss ich den ganzen Motor, der wir jetzt komplett auseinander brauchen. Oh, ich werde beglockt. Alter, was ist denn das für ein Auftrag? Das ist ja richtig Katastrophe. Oh nein, nein, ich kann die Notenbinder gar nicht rausnehmen, weil jetzt, oh nein, weil jetzt das noch ein Weg ist. Oh, das ist ja. Kein davon, ich muss ja komplett alles auseinanderbauen. Das ist ja Wahnsinn. Hier nicht mehr. Doch, muss ich. Das geht ein Deckerlich ab. Na toll. Hä, was denn? Ach hier. Oh, ha, ha, ha. Wir haben aber richtig viel zu tun über die Motor. Das ist ja auch, das ist eine Katastrophe. Ach, das ist ja noch eine Schelle. Oh, da war auch noch eine Schelle. Oh, so. Und das raus. Zack, so. Das ist ja wohl jetzt nicht wahr, oder? Das muss ja auch ersetzt werden, so. Ab, da, ab. Oh, so viel Schrauber auch noch. Oh, mir verrostet, ey. Geht noch, 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 jawohl. Ich kann da immer noch nicht dran, warum? Was hält da noch fest? Ich glaube, das ist es, ne? Oh, die Zündkerse, ach ja. Die Zündkerse sind ja auch noch ausrechnen. Guckt, dass ich den Motor auseinanderbauele. Und die Zündkerse, die ja ganz vergesst, die ja auch schon immer noch. Immer noch, ich hab ja immer noch nicht dran, dann nur. Ja, ich hab ja noch nicht dran, ich hab ja noch nicht dran, ich hab ja noch nicht dran. was muss ich denn hier alles jetzt abschrauben? das darf doch nicht wahr sein das wird ne arbeit noch werden ich will behaupten dass dafür richtig kräftig punkte gehen wird ja jetzt kann ich das ding abbauen muss ich ja wohl weil ich meine dass die kuppen scheibe nämlich dort ist das ist aber ein langer schraub nicht oh das ist jetzt ein wiss oder ich muss ja alles ausbauen also das jetzt leute also im ernst das ist aber wirklich komplette härte darf doch nicht wahr dann ja was denn noch? ach da ist das noch dran was denn noch was hält denn noch fest hier mensch? ey ich muss da das runter das ist ja auch noch hä? Tyler Montage nein nein nix Montage nein ey wahrscheinlich doch erst noch das ja was soll denn das hier was? ey was soll dann? ach nein da kann ich halt auch von unten ran ach scheiße ey ich höre nicht richtig ert das ist jetzt nicht wahr oder? kann ich denn was auch von oder erst mal was anderes auf dem festhalten könnte nein ach haha ich muss von unten ran das ist doch wohl jetzt nicht wahr mensch ich hab jetzt kommt wieder irgendwelche ach haha weißt du was die schweißer haben jetzt auch jetzt leider duuuaaa das kann uns ich muss bis nach unten ach 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 wörter was war das denn? was war das denn nochmal an was passiert? aha die dinger ey ach das ist ja noch der noch echt jetzt? da war auch noch der noch zu mir los sicher nicht krass oh man ey, das ist wirklich wahnsinnig anstrengend, das darf doch nicht weiter, oh ist das hier aber so, wie die 40, aha wie die 40, lol, auch cool so, ich muss auch alles, das hier raus wollen, weil ich muss ja irgendwie nicht, aber ich hab das, warte, Moment mal, wieso werde ich jetzt gerade das gefühl nicht los, dass ich das alles komplett verkeh, was ist denn jetzt noch nichts das war jetzt, was soll das was, was, jetzt kann ich das abbauen, oh, oh, das muss ich ja, glaube ich, alles abbauen, habe ich das gefühl, oh, das wird aber viel Arbeit werden, das ist aber, oh, jetzt kann man da nicht lange nicht lange rangehen, sorry Leute so, gleich kommen wir da dran müssen, ich meine, es müsste gleich die Scheibe sein, ja, da ist sie, oh, da ist auch das Ausdrucklager, ich wäre verrückt, oh, ja, Leute, ich bin komplett in die richtige Richtung gegangen, ach, und dabei bin ich noch nicht mal ausgebildet, aber, haha, das geht doch gar nicht, aber ich wusste, wo ich hin muss, haha, ja, das ist kaputt, genau, krass, was hier alles auseinander brauchen muss, das soll doch wohl ein Witz sein jetzt, tun wir jetzt das wieder drauf, zack, einschrauben natürlich, ach, boah, ich sag, ich muss echt sagen, die AMKZ mich ja droh nicht, weil das ist ja wohl richtig die Härte, wa, so, das wieder dran, boah, nee, oh, boah, man darf ja wirklich, wirklich viel Geld bekommen, und zweitens, ne, äh, das ist echt die, 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 ah, das wird nicht komplett die Härte, das wird nicht richtig, warte mal, nein, irgendwas, nein, 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 stop, stop, moment, irgendwas fehlt hier, ich kann das nicht anbauen, warum, ok, das kann ich schon mal anbauen, so, aber das hätte ich sogar gar nicht, doch, hätte ich, so, weiter gucken, nein, das kann ich nicht anbauen, das kann ich nicht anbauen, nein, kann ich anbauen, hä, aha, null, eine Kamera hat nicht gesagt, das hätte ich noch vergessen, wie ich gerade gesehen habe, macht ja nichts, ich musste das ja zum Glück gar nicht ran, war sogar, glaube ich, gewissermaßen gar nicht nötig, dass ich das hier unten auseinander geschaut habe, naja, jetzt ist es so spät, das hätte ich das gemacht gehabt, ach, Alter, das ist ein Auto, dieser Mensch, ich meine, furchtbar ist das ein Auto, dieser Mensch, dieses Alter sollte ich weglassen lassen, Alter, das ist ja Jugendsprache, ich bin kein Jugendlicher mehr, aus dem mag ich diese, diesen Jargon irgendwie von wegen Alter und so weiter hier überhaupt gar nicht, ich verstehe gar nicht, wieso ich das überhaupt sage, Mann, oh Mann, das ist aber wirklich hier Katastrophe, das ist also einfach so wie ich hier dran machen, dann müsste ich auch gleich hier Öl nachführen, Hverbs built inFunktion immer noch, nein, wer zieht denn noch, hä, Was passt denn jetzt nicht? Hä? Was ist denn noch? Wieso will er das denn? Ich muss das noch montieren. Hä? Hä? Was soll er? Habe ich das nicht? Moment, stopp! Habe ich das gar nicht mehr oder was? Doch, da ist es doch. Was soll denn das? Nee, nee, nicht verkaufen. Nichts da. Was soll die Scheiße denn dann? Warum lässt er das denn jetzt nicht dran? Was fehlt denn noch? Was fehlt denn noch? Was fehlt denn noch? Das verstehe ich jetzt gerade nicht richtig. Ach, ich bin doch ein Idiot. Das kann ich auch noch von oben dran setzen, Mensch. Ich bin ja doof. Das kann ich doch auch noch von oben an einbauen. Mensch, ich bin ja ein Schädel. Ach, ich bin ja doof. Warte mal, was soll ich denn? Alle schrauben sie genau. Zack. 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 Genau das haben wir auch wieder an. Zack. Oh. Zack. 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 Ich weiß ja noch, ich kabel mit, was ich bedenkeliere. Ja mal, ja. Jawoll, 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 jawoll und jetzt noch. Nein, 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 nein. Jetzt nehme ich mir die Zinnkabel und die Kabel jetzt noch, die Zinnkabel. Ja, ach, das habe ich einfach, ach so, ach so, wahrscheinlich wird das, ja, ja, hier. So, jetzt, zack, 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 zack. Jetzt kann ich die Kabel ansetzen, jawoll. Genau, frische, jawoll und jetzt das hier. So, Freunde, noch ein bisschen. Wie haben wir es geschafft? Aber ich weiß noch nicht, ob wir dann alles geschafft haben. Boah, das Auto ist echt richtig, richtig anstrengend. Ja, ich sag mal lieber anstrengend, genau. Ist doch eh die bessere Bezeichnung dafür. Man kann sich auch sagen mühsam, ja. So, okay, jetzt geht's hier. Obwohl ich noch ausdrücklicher gesagt habe, ist tatsächlich eine Anstrengende, wo ich es gar nicht vermutet habe. Aber gut, dass ich noch diesen, äh, auf dieser Kuckenscheibe gesucht habe und jetzt hier wusste, wo die Sitz. Das war doch, hä, ne, war kein Fehler? Okay. Habe ich denn da alle... Hä? Echt jetzt? Kurios. Ich habe wieder das Gefühl, dass... Ich habe doch definitiv was vergessen. Kurios. Ach, jetzt kommt das dran. Jetzt kommt diese Scheibe wieder dran. So, na. Schnell, ich muss ja noch gelingen, Fuchs, ne? Oh, ich habe doch noch... Ach, das wird doch noch ein bisschen mit dem Auto gefährt, das ist ein Katastro... Na. Katastrofe. Na. Katastrofe. Na, war hier noch irgendwie was? Ne? Ich glaube, das war es jetzt, ne? Na doch, hier ist doch eine Klammerfächer hier noch. Das gibt's doch nicht. Ich könnte die denn jetzt vergessen. Genau, wie ich auch vorhin vergessen habe, die abzuschrauben. Ach, da darf doch nicht fahren. Na ja. So, noch irgendwas hier? Nein, das war schon mal hinterher, ne? Alles klar, gut. Oh, auf der Seite war schon alles ja. Oha, cool. Wir haben alles fertig? Wie, wie haben wir alles fertig? Wah, echt jetzt? Oh, oh, noch nicht ganz. Ach ja. Und was war das noch? Kühlen würde ich halt wechseln. Okay, aber erstmal Öl nochmal, jetzt neues Öl zugeben. Weil ich hab ja vorher die Ölwahn abgeschraubt. Hihihi. Dabei vergessen. Haha. Da ist ja wieder alles. Hihihi. Also. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So, müsste eigentlich reichen. So, der Messstab. Guck mal an, gucken eben. Ja, ist in Ordnung. So, jetzt noch. Was bei das keine? Kühlen würde? Warten wir mit mal. Kühlen sind wir ja weg schon. Alter. War echt jetzt? Aber. So, soll das jetzt wieder sein? Gehen das überhaupt? Das geht! Na ja gut. Ja, warte dann. Häh? Was denn? Hä? Nö, gut gar nicht. Häh? Kohljort. Häh? Häh? Eins. Zwei. Drei. Vier. Häh? Das ist doch genug. Das heißt. Aber jetzt wirst du das dann erledigt sein, ne? Aber da habe ich alles fertig? Ja, krass. Ich bin... Habe ich doch gerade gemacht. Was soll die Scheiße denn? Sag mal. Häh? 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 Okay, wir haben auch schon viel gifrägt. Oh, Geld haben wir auch schon viel gifrägt. Gut. Ich würde sagen, wir können den Part beenden. Oh, wie mein... Echt jetzt? Was ist das? Um 20% erhöhte Schraubgeschwindigkeit. Okay, das nehmen wir. Alter, es kostet zwei Punkte. Ist ja ne Schweine, aber was ist das? Fähigkeit. Teil der Gruppe 1 zu reparieren, um 20% wahrscheinlich für eine Verwaltige. Was ist das? Ja, Geschwindigkeit. Verpackt. Ach, wie? Ach, das ist nicht so schlimm. Das kann doch nicht so sein. Aber... Ja, ich war noch ein Punkt. So. Schauen wir mal. Übel. Ist da hier ein Feindübel in deiner Werkstatt? Nein, machen wir noch nicht. Erweiße den hinteren Teil deiner Werkstatt. Möde ich dir die Weiterentwicklung deines Arbeitsbeinens. Anforderungen. Ach Nööööööööööööööö. Errichte in der Nähe deiner welche, eine Auto digitaler kann. Möglich. Me Speedним deines... ...de Ne, auf главное Autor. So teuer nur? Echt jetzt? Na gut. Mach. Zack. Zack. Zapp. Und hier? Was haben wir hier? Okay, ich glaube wieder auf der Seite. Was ist das denn? die Farbeite und die Farbeite in einer Lackiererei und das kann ich nicht, wieso nicht? Ach so, das war richtig, da ich brauch mal die Lackiererei, genau ja, weil Diagnose war, wäre auch interessant erweiter deine Werte, um ein Lager ermöglicht das Lager in deiner Opa und wieso, wer ich da erweiter... oh man, soll das ein Witz sein na gut, dann machen wir einfach gar nichts so, an dieser Stelle sage ich Leute ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, bye